Hallo, ich habe mal wieder gebacken und zwar diesmal Granola, selbstgemachtes Müsli und da ist dieses riesige Glas da rausgekommen, also jetzt schon ein bisschen was von weg. Und ich habe einfach mal wieder das zusammen gemischt, wo ich dachte, das passt gut zusammen, so koche ich und backe ich eigentlich am liebsten und es ist super lecker und mega knusprig geworden. Und ja, das Rezept findet ihr in der Infobox und dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das zubereitet habe. Und zwar sind das die Zutaten, die ihr dafür braucht. Sieht auf den ersten Blick jetzt vielleicht etwas viel aus, aber ihr könnt das Rezept auch ganz nach eurer Wahl gestalten und dann extra das reintun, was ihr gerade so da habt oder am liebsten mögt. Als Utensilien benötigt ihr dann eine Schüssel, eine Tasse zum Abmessen, ich habe hier einfach eine ganz normale Kaffeetasse genommen, dann einen Spachtel zum Umrühren, weil die Masse nachher ein bisschen klebrig wird, einen Pfannwender, um das Müsli nachher auf dem Backblech nochmal wenden zu können und am besten noch so ein Glas oder eine andere luftdichte Dose für die Aufbewahrung. So, als erstes macht ihr euch dann an den Grundteig sozusagen. Dafür gebt ihr die Haferflocken in die Schüssel und ich mische da am liebsten grobe und feine zusammen. Und für die Süße kommt dann Ahornsirup dazu, dadurch wird das Granola auch richtig schön knusprig, weil ihr das im Ofen durch die Hitze dann so richtig schön karamellisieren lässt. Als nächstes dann noch Erdnussbutter und da könnt ihr auch jedes andere Nussmus nehmen oder auch zum Beispiel Tahin verwenden, wenn ihr gegen Nüsse allergisch sein solltet. Es fällt mir immer schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, Erdnussbutter ist so echt mein allerliebstes Nussmus. Vor allem kann man es auch richtig gut mit Süß mischen, finde ich. Und als letztes dann Zimt, das passt auch richtig gut da rein und macht das ganze Rezept auch gleich wieder ein bisschen herzlicher. Ja, das Ganze mischt ihr dann gut zusammen, bis alle Haferflocken was von dem Sirup, der Nussbutter und dem Zimt abbekommen haben. Und danach legt ihr Backpapier auf ein Blech aus und verteilt die ganze Masse gleichmäßig darauf, sodass es dann auch überall gleich knusprig wird. Und bei 150 Grad Umluft kommt das Ganze dann in den Ofen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch dann an die Extras machen, die kommen erst später dazu, damit die nicht anbrennen. Und zwar habe ich dafür einmal Mandeln grob gehackt. Die haben richtig viele Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium und Kupfer und vor allem auch eine hohe Menge an Vitamin B und E. Und die stärken zum Beispiel die Nerven- und den Energiestoffwechsel in den Zellen. Die Zutaten könnt ihr einfach in der benutzten Schüssel von der Grundmasse zusammen mischen. Und als nächstes habe ich Maulbeeren dazu gegeben. Die sind so getrocknet relativ weich, also wie Rosinen ungefähr, aber wenn man die backt, werden die richtig schön knusprig. Und Maulbeeren bestehen zu einem Viertel aus Proteinen. Gerade getrocknete Maulbeeren haben auch einen mega hohen Anteil an Eisen und gute Werte an Kalium und Natrium, was beides für die Tätigkeit des Herzmuskels verantwortlich ist. So, dann kommen Kokosraspeln mit rein. Hier gibt es, glaube ich, eher geteilte Meinungen, weil der Fettgehalt nicht die optimale Fettsäurenverteilung hat. Aber ich finde, die schmecken echt mega gut und am Ende hat man ja pro Portion auch nur eine relativ kleine Menge in der Schüssel. Und sie haben trotzdem viele B-Vitamine und Kalium. Weiter geht es dann mit Kürbiskernen. Die haben einen höheren Eiweißgehalt als Eier und Quark übrigens. Super viel Zink, was wichtig für ein starkes Immunsystem ist. Und sind allgemein durch die hohe Nährstoffkonzentration ein richtig gutes kleines Kraftpaket für den Körper. Und als nächstes dann Quinoa-Pops. Quinoa ist ja eins der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, die alle essentiellen Aminosäuren enthält. Und davon ganz besonders viel Lysin. Und das ist auch wichtig für den Aufbau unseres Muskelgewebes und für die Festigung des Bindegewebes. So, und als letztes noch ein paar Rosinen. Ich glaube, die mag man entweder richtig gerne oder so gar nicht. Ich liebe die ja. Ich glaube, das habe ich auch von meinem Opa, weil der macht immer besonders viel in seinen Käsekuchen rein. Und ja, es ist ja leider nichts mehr für mich, aber er macht mittlerweile auch einen richtig guten und leckeren Apfelstreuselkuchen nach meinem Rezept. Und Rosinen, also getrocknete Weintrauben, haben ja auch mega viele Ballaststoffe, was mega gut für die Verdauung ist. Ja, ich dachte, ich bringe hier nochmal ein paar recherchierte Gesundheitsfakten mit rein und hoffe, euch interessiert das auch vielleicht. Weil logischerweise spielt ja alles, was man in den Körper reintut, auch eine große Rolle für die Gesundheit. Und das Ganze mischt ihr nochmal richtig schön durch. Und nachdem ihr das schon etwas gebackene Granola kurz gewendet habt, könnt ihr die Körnermischung dazugeben und hebt sie dann ein bisschen unter und lasst das Ganze nochmal backen, bis das Ganze schön goldbraun geworden ist. Ja, und wie gesagt, bewahre ich das Ganze dann in so einem luftdichten Glas auf und ich finde, man kann das so auch richtig schön verschenken. Also, wenn ihr es nicht selber essen wollt. Ich esse es nämlich am liebsten mit frischen oder gefrorenen Beeren oder auch Banane oder auch jedes andere Obst passt eigentlich gut dazu. Und dann eine Pflanzenmilch. Und ich bekomme auch schon wieder richtig Appetit darauf, wenn ich das so sehe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht das Rezept vielleicht auch mal nach. Und wenn ihr noch weitere Rezeptideen oder Video-Wünsche habt, schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche neue Videos. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal.